Telefonanrufe getätigt, darunter der Sohn einer Mutter, der seiner Mutter sagt, hier ist Tom Bingham. Also der stellt sich mit seinem Nachnamen seiner Mutter vor, was außerordentlich merkwürdig ist. Die telefonieren teilweise 25 Minuten mit den Bodenstationen, mit ihren Fluggesellschaften. Wenn ich eine Stewardess oder ein Steward in so einem Flug und ich wüsste, dass der Kapitän nicht mehr handlungsfähig ist und ich könnte telefonieren, dann würde ich sagen, wir sind Flugnummer so und so, wir sind entführt, bitte sofort benachrichtigen, wenn das nicht schon die Fluglotsen unten getan haben, bitte sofort benachrichtigen, dass hier was geschehen ist. Dann hänge ich ein und dann beobachte ich die Szene und muss sehen, was ich zu machen habe. Nichts dergleichen ist passiert. Einer dieser sehr nett aussehenden Stewardessen telefoniert 25 Minuten mit der Bodenstation. Einer telefoniert aus dem Klo. Also in anderen Flugzeugen war es etwas weniger, da gab es nur ein oder zwei Telefonate, aber das eine wurde da wohl enorm geredet und da wurde dann auch hinterher interpretiert, dass da ein Riesenkampf stattgefunden hatte mit den arabischen Terroristen, die angeblich rote Bandarolen um den Kopf sich gemacht hätten, wobei Arabisten sagen, das ist das Schlimmste, was man als Muslim machen kann, denn Rot ist eine nicht zu offenbarende oder den Gott verletzende Farbe. Oder ihm vorbehalten, weiß ich nicht im Einzelnen. Auf jeden Fall, auch das ist untypisch. Ja, das geht eigentlich weiter. Dann sieht man, die World Trade Center, das North Tower und South Tower, also Nord- und Südturm, stürzen in sich zusammen. Wenn man sich diese Videos, die kann man ja heute im Internet sich, wann immer man will, herunterladen und sich anschauen. Man sieht beim Nordturm die Einschlagprofil. Da ist von, ich glaube, 248 Stahlsäulen, die das ganze Gebäude umstellen und einen Teil der Stabilität bilden, sind 48 berührt oder zerschnitten. Die restlichen über 200 stehen nach wie vor. Also von daher ist die Stabilität dieses Gebäudes eigentlich gesichert, zumal diese Gebäude so konstruiert waren, dass sie den Ansturm eines solchen oder den Einschlag einer solchen Verkehrsmaschine überstehen. In Wirklichkeit sind die Winter-Hurricanes viel schlimmer, die das ganze Gebäude von 400 Meter Höhe und 64 Meter Breite wie ein Riesensegel sozusagen zur Seite drücken können. Viel schlimmer als der Einschlag eines solchen Geräts. Im Inneren gibt es ungefähr auch wiederum 48 massive Stahlsäulen, viel stärker als die äußeren. Die sind vermutlich noch nicht mal berührt worden von Flugzeugen. Und die sind im Grunde genommen der wirkliche stabile Kern dieses ganzen Gebäudes. Es hat auf der Welt bis zum 11.09. noch nie ein Feuer gegeben, was einen Stahl-Skelett-Bau zu Fall gebracht hätte. Am 11.09. sind es drei Gebäude und sie gehören alle dem World Trade Center an. Wenn man die Bilder sich anschaut, sieht man, dass sie nach draußen, 70 Meter weit, Staubfahnen und Stahlteile herausfliegen. So dass da es vermutlich so sein muss, dass nicht wie die Regierung behauptet, dass da wie Pancakes, also wie Pfannkuchen, ein Stockwerk auf das andere gefallen ist und nach und nach überall ringsum die Tausenden, wenn nicht zig Tausenden von Bolzen weggedreht haben und dann runtergesackt sind, sondern es müssen Explosionen gewesen sein. Das zeigen diese Bilder und die Zeugenaussagen von Polizei und von Feuerwehr und von Beobachtern von außen sprechen teilweise von schweren und leichteren Explosionen, auf jeden Fall von vielen Explosionen. Es sind auch Verletzte aus den Kellern rausgeholt worden, die unten im Keller verletzt worden sein müssen, noch bevor das Gebäude eingestürzt ist. Es gibt da Leute, die spekulieren bis hin zu Nuklearelementen, die da verwendet worden sind. Ich will mich darauf im Einzelnen nicht einlassen. Die Regierung behauptet, die Feuer, also die Kerosinfeuer, das auslaufende Benzin, was da reingeschossen ist über die Stockwerke, das sei es, was dieses ganze Gebäude instabil gemacht hat und dann wäre der Stahl weich geworden und dann wäre es eben in sich zusammengestürzt worden. Das kann deshalb nicht sein, weil noch vor dem Einsturz die Feuer fast erloschen waren. Man sieht dann nur noch eine schwarze Höhle, wo das reingeflogen ist. Und man sieht, wenn man genau hinschaut, Leute, die dort winken. Auch die Feuerwehr war an den Stockwerken, wo das Einfliegen stattgefunden hat, also 73. Etage, glaube ich, beim Nordturm. Und die haben mit ihrem Walkie-Talkies, mit ihren Funksprechgeräten, ihren Kameraden gesagt, schickt hier noch zwei Teams rauf oder drei Teams. Wir haben ja noch zwei Herde, drei Herde, die müssen noch bekämpft werden. Die sind also davon ausgegangen, erst mal war es nicht so heiß, als dass sie nicht da hochkommen können. Zweitens haben sie dort agiert und sie gingen davon aus, dass es zu löschen gewesen ist. Und was noch viel gewichtiger ist, diese Gebäude sind im freien Fall runtergefallen. Also wenn sie auf 400 Meter einen Wackerstein nehmen und sie schmeißen ihn in die Luft und er fällt zu Boden, dann ist das die Geschwindigkeit von ungefähr 12 Sekunden. Und 12,8 oder 13 Sekunden haben die Gebäude gebraucht, bis sie unten waren. Das ist eine Geschwindigkeit, die man nur erreichen kann, wenn man gezielte Detonationen macht, wenn eine kontrollierte Sprengung stattfindet. Man hat inzwischen sogar wohl den Stoff gefunden, mit dem es gemacht wird. Das muss Thermit gewesen sein, auf jeden Fall einer der Stoffe. Es kann sein, dass von den Fundamenten her eine viel elementarere Zerschütterung des ganzen Strukturs zunächst stattgefunden hat und dann stockwerkweise über Computer gesteuert, das nach unten gefallen ist. Tja, was ist noch dazu zu sagen? Also, ja, noch ganz entscheidend in New York selbst ist, dass nicht nur World Trade Center 1 und 2, also Nord- und Südturm, zusammengefallen ist, sondern am Nachmittag, späten Nachmittag, World Trade Center No. 7. Und dieses Gebäude ist nicht von einem Flugzeug getroffen worden. Es haben kleine Feuer in dem Gebäude stattgefunden, die aber mehr oder weniger beherrschbar gewesen wären. Ungefähr nachmittags um 4 oder 5 Uhr ist das ebenfalls im freien Fall in 6,8 Sekunden in sich zusammengebrochen. Vorher ist es evakuiert worden. Es gibt Leute, die sagen, oder nein, da steht fest, dass das die Zentrale der CIA in New York gewesen ist. Die FBI war dort drin. Und der Bürgermeister von New York hatte dort ein gegen chemische Waffen gesichertes Büro. Aus dem man, und das ist nur eine Spekulation, die man als Laie nicht total nachprüfen kann, aber die eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Es gibt Leute, die sagen, diese Flugzeuge, die ja aus, ich weiß nicht, 12.000 oder 15.000 Meter runtergeholt werden mussten, auf diesen ganz gezielten einen Punkt, wo viele Piloten sagen, das geht überhaupt nicht. Das können nur hocherfahrene Kampfpiloten, wenn überhaupt, organisieren, und man kann das mit den Passagiermaschinen nicht, dass dort eine Remote-Control-Einrichtung gewesen ist, dass man also...